Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich will die Stellung mitziehen. Jawohl. Knappe Sache. Oh mein Gott. Das ist eine echt schwere Situation hier gerade. Ich muss mich echt hier konzentrieren. Okay. Scheiße, eure Granaten. Alles klar. Du kannst mir gar nichts anhaben. Nur noch Headshots. Ich hoffe, welche von rechts kommen. Ich bin hier wenigstens drüber. Okay, ich kann hier ans MG. Oh, ich mähe die alle nieder. Los runter. Na komm, zeigt euch. Zu dir. Okay. Bleibt loslegen. Da kommen noch mehr Arschlöcher. Na, kommt doch schon hier um die Ecke. Kann euch nicht locken. Das ist ein super Angebot für euch. Okay. Wir haben Granatenwerfer hier. Wow. Nehme ich doch gerne mal mit. Ich hoffe, da sitzt keiner. Du flankierst hier niemanden. Der war relativ gut. Ah, shit. Könntest du mir auch ruhig mal helfen? Oh, weil Viper quält. So. So. Na komm. Lock ihn nieder. Boah, das ist echt kacke. Ist der vor mir ab? Oh ja, der hat gesessen. Die Granate hat hier gesessen. Oh, was für eine knappe Situation. Leck mich. Leck mich. Situation scheint rein zu sein. Ich habe hier gerade die Saw gesehen, die wir nicht haben. Okay. Das sieht so weit. Wirklich gut aus. Leck mich. Und du mich auch. Das war geschafft. Echt schwere Situation. Hier muss man echt langsam vorgehen mit Köpfchen. Kontrollpunkte erreicht. Wow. Oh mein Gott, der ist noch nicht mal getarnt. Nicht aus wie Lugo. Ja, hat er eindeutig. So, der sieht doch nur aus wie ein riesiger Lugo. Er hat seinen Verstand verloren, eindeutig. Jawohl. Fick dich. Du bist nicht Lugo. Oh, der hat eine Schrotflinte dabei gehabt. Genau. Lass da einfach mal stehen. Oh, Adams ist vorrekt. Hast du gut gemacht. Hoffentlich werde ich jetzt nicht getötet. Schnappekiste. Oh, da guckt aber einer. Feier. Hab ihn. Na, komm da raus. Komm. Mein Gott, ne. Das sind feige Säue hier alle. Bleib liegen. Weg, Alter. Könnte unser Munition gebrauchen. P90. Einfach nur eine Munitionskiste. Wäre echt geil. Oh mein Gott. Böse Überraschung hier. Ja, geil. Hat es mich auch noch zerlegt. Weil mir die Munition ausgegangen ist. Das geht so schnell, wenn man den einmal zu nahe kommt. Ich hätte doch die P90 aufheben sollen. Jetzt zeigen wir es denen. Okay. Müssen wir nochmal gegen Logo kämpfen? Ich glaube ja, aber... Dürft ja kein Problem sein. Na, komm raus. Oh, der sieht diesmal nicht aus wie Logo. Los in den Kopf. Los in den Kopf. Sind schon dran. Ja. Der schwere Zuppe ist erledigt. Lade nach! Man muss ja einfach da schießen, wo er verrund beißt. Die sind uns auf den grünen Sinn noch mehr. Aber nicht lange. Okay. Keine Gnade. Schauen wir mal rein. Alle tot? Nicht ganz. Jetzt mal habe ich aber erheblich mehr Munition. Die da oben habe ich gar nicht gesehen vorhin. Wow, wow, wow. Komm, mach den fertig. Oh mein Gott. So blöd. Wunderbar. Ich glaube nicht, dass er tot ist. Egal, ich heile ihn erstmal. Alles klar. Los, komm. Wökel vor. Doch, ich habe ihn erwischt. Erwischt. Meine Güte. Alles ist so ruhig. Keine Musik. Oh mein Gott, wow. Und nur ein schwerer Trooper. Oh shit, ich habe nur noch drei Haftgranaten. Haftgranate raus. Wunderbar. Der menschliche Faktor. Cool. Haftgranate getötet. Oh ja, der war gut. Ah shit, keine Munition mehr. Boom. Machen wir einen super kurzen Prozess mit denen. Oh yeah. Oh ja, ist der Sound von Tod. Shit, da kommen sie. Es ist aus, wir haben euch zu stüllen. Legt eure Waffen nieder. Fick dich. Erschießt mich doch. Na los, ich stehe hier. Macht schon. Erschießt mich, verdammt. Los, erschießt mich. Dies ist ihre letzte Chance, Walker. Geben sie auf, oder meine Männer erschießen sie. Wags ja nicht. Dann scheiß auf dich. Ich bin nicht so weit gekommen, um aufzugehen. Das ist der einzige Weg in den Tower. Verdammter Mist. Gib's auf. Mission beendet. Wir haben versagt. Nur über meine Leiche. Schön. Dann leb weiter. Renn, du Arschloch. Was ein Affe. Oh mein Gott, renn. Oh mein Gott, sie stehen unter heftigen Feuer. Was ein Affe hat uns einfach so im Stich gelassen. Fuck. Ich glaube nicht, dass da heil rausgekommen ist. Es tut mir leid, Walker. Aber sie wussten, es würde so enden. Ihre Freunde tot. Die Welt in Flammen. Und sie allein. Sie haben versagt. Endlich. Etwas, das wir beide gemeinsam haben. Komm, raff dich nochmal auf. Die letzten Meter. Ja. Ja. Okay, da wären wir auch schon drin. Das hat's glaube ich nicht geschafft. Das ist der Tower. Ja. Triff ihn oben. Kapitel 15. Willkommen. Okay. Dann setzen wir dem ganzen mal ein Ende.